Sollen wir seinen Angriff in etwa ausrollen? Und immer dieser Weg, ich glaube... Ah, da liegen jetzt auch so viele Seelen. Ich glaube, ich werde mich aber trotzdem erstmal dorthin umschauen nach einem Leuchtfeuer, denn dieser Weg geht mir selber auf den Sack. Oh, hopp. Äh, so. Ach, die machen die ja von alleine kaputt. Und... Die. Okay. Komm her. Wo willst du hin? Alter. Ja, doch nicht so hektisch. Du stirbst doch sowieso. Okay, das war... Number One. Und... Zack. Okay, er hat einen Gegenstand fallen gelassen, das habe ich gesehen. Und down. Oh, shit. Boah. Okay, Feuer scheint hier immer noch richtig geil zu sein. He-he. Und Tschüss. Gut. Wir sind ja gleich schon wieder oben beim Schloss. So, ich habe einfach mal noch ein bisschen Damage reingedrückt, weil wir ja sowieso eine nehmen müssen. So. Hm, top. Minimal Gift interessiert ja keinen mehr. Voll da. Ah, okay. Da ist auch schon der Fahrstuhl wieder. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 300er. Leicht da locker. Oder vielleicht hier sowas. Goldharz. Oder Finsternis. Vielleicht ist das. Oder Gift. Okay, ich versuche es gleich mal mit Gift. Vielleicht bringst du das ja. Halt, ähm... Auch mit Ausweichen halt, dass wir schnell hintereinander ihn, äh, also angreifen können. Na, komm. So. Ähm, weil, ne? Kann es ja was bringen. Vielleicht, vielleicht gibt er dann Gift und dann kriegt er dauerhaft Damage und dann ist er voll einfach. Und vielleicht, vielleicht irre ich mich auch und vielleicht ist er auch gegen Gift immun und dann war das alles umsonst. Und, ähm... Halt die Schnauze! So. Und, let's go! Wir sind ja hier schon einigermaßen geübt hier in diesem Bereich. Oh. Und immer diese Seelen, die dabei rauskommen. Ist ja schon fast nicht mehr feierlich. So, Kollege, komm her. Ja, sicher. Ich treffe auch immer, wenn ich ausweiche. Äh, wenn ich jemanden ausweiche tue. So, komm her. Drei Hits nur noch. Find ich ja cool. So. Ich werde vorher noch, ähm, schauen, ob es hier ein Lagerfeuer gibt. Leuchtfeuer. Denn, nochmal laufend nicht. Wahrscheinlich habe ich eins übersehen, das sehr offensichtlich ist. Aber, das ist mir egal. Denn, solange ich es nicht sehe, existiert es nicht. So, Halbzeit. Ja, komm. Mecker hier nicht rum. Äh. Na, jetzt aber. Pam. Sogar No Scope. Hehehe. Zu blöd ist ja der Holz-Heizofen ja schon aus. Na, dann bringt ihr das aus, weil ich ihn auch nicht, Kollege. So. Uh, ausgewichen. Sehr schön. Pam. Ja, bin ich auch mal ausgewichen. Ist auch einigermaßen cool aus. So. Äh, zu der, zu den, ne? Bin ich immer noch nicht. Uh, shit, nigga. Aua. Ja. Das war der schlechteste Kampf, den ich hier jemals gemacht habe. So. Ach ja, ich wollte ja nachschauen. Ob es hier ein Leuchtfeuer gibt. Ich wollte schon wieder rein stürmen. Ganz euphorisch. Hm. Hm. Hm? Hm. Aber erst mal natürlich, ähm, diesen Weg hier. Ja, komm. Schieß, wo immer auch du gerade hinschießen willst. Ich geh hier runter. Ich krieg Schaden. Von so einem kleinen Absprung. Naja gut, so klein war der jetzt nicht. Schieß ab. Oh, shit, das war knapp. Aua. Na, komm. Oh, shit. Ist egal. Und wenn es hier keines gibt, dann hab ich voll die Arschkarte. Wie er nur guckt. Wie er einfach nur guckt und seines Todes schon, äh, sagt. Ach, ist mir egal. Ich geh einfach sterben. Ich bin hier. Hallo. Hey. Ich bin hier. Da hilft dir das da hinten gehen auch nicht. Ich kann nämlich auch hier hingehen. Und dann bist du tot. Was sagst du jetzt? Na, gar nichts wahrscheinlich. Scheinbare Wand voraus. Nein. Er hat's nur hier hingeschrieben. Hurra für Rache. Was denn hier? Versucht springen. Näh. Näh, näh. So weit trunken bin ich nicht. So und. Näh. Na, komm. Was zum. Was zum. Geht doch. Nix da. Und wieder sind's 18.000 Seelen. Alter, hier kommt man echt zum Leveln. Oh, lol. Hier ist ein Item. Große Titanitscherbe, zwei Stück und, äh, versteinerter Drachenknochen. Geil! Warum, warum hab ich die nicht gesehen vorher? Ach. Der ist mal, der ist voll optional, sehe ich gerade, glaube ich. Der schmelzende Dinge. Na, guck mal. Da unten geht's rein. Und hier kommt man wahrscheinlich raus. Ach, Gott. Na ja. Sicher. Ich polder die lieber einzeln. Wieso schlägt der? Oh, ich hab drei, vier. Na, das ist Krokodilo. Ne, warte mal. Autsch. Du bist ja gar kein Krokodil. Ach. Okay. Warte kurz, ich will trinken. Ich hab du hast, hab ich gesagt. Uh, shit. Alter. Kein Ausdauer mehr. Ha, ha. Ha, ha. Shit, nigger. Ja, gut, dass du weggehst. Scheiß Schildkröte. Ich will eigentlich gar nicht. Okay, die haben hier gekämpft. Der hat hier gekämpft. Na, hier kämpfen gegen zwei Krokodile, äh, Schildkröten. Okay, wir müssen hier rüberspringen. Ich hoffe, es ist nur der, Schildkröten. Ha, typi. Na, nö, nö, nö. Na, oder noch? Ja, sehr schön. Autsch. Komm, schnell, 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 schnell. Wir haben keine Estus-Flags mehr. Ich will ein Leuchtfeuer haben. Leuchtfeuer. Gepriesen sei Gott. Nicht, hä? Wehe, die Tür öffnet sich jetzt nicht. Ach, da. Ich hab's eigentlich nur gemacht, in der Hoffnung, dass hier entweder das ultimative Item drin ist, oder ein scheiß verficktes Leuchtfeuer. Oh, Gott sei Dank. Ist hier ein verkacktes Leuchtfeuer. Donnerquarzring plus eins. Donnerquarzring plus eins. Oh, erhöht Blitzabwehr. Toll. Ich brauch aber ja Feuerabwehr. Na, egal. Ach, Leuchtfeuer entzündet. Okay. Also hat sich das mal gelohnt, so ungefähr. Ein bisschen. Das Problem ist, wie kommen wir zurück? Äh, what? Äh, ich wollte mit dem Zwerg reden. Den wir schon kennen, glaube ich. Äh, wa? Ja. Wir sprechen. What? Ich glaub, den Text kennen wir schon. Nein. Ja, schnauze jetzt. Ich will durch den Nebel. Und in den nächsten Boss kam. Oh, nee, doch nicht. Ah, okay. Mondturm. Da waren wir ja schon. Wer bist du denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Pickt euch. Gut, die, ähm, 40.000... Wie viel war das? Ich glaub, knapp 30.000 Seelen beim... Äh, Schmelzgott. Keine Ahnung, wie der hieß. Ich hab mich schon wieder voll vergessen. Ähm, ist Geschichte. Sind Geschichte. Aber hier oben liegen ja nochmal 20.000. Und wir sind jetzt beim... Echt jetzt? Echt jetzt? Na komm. Na gut, dann geh halt alleine hier rein. Dann muss ich mich nicht mit mehreren gleichzeitig beschäftigen. Und dann pullen wir den Typen da hinten auch noch. Hm, irgendwie in der Ferne haben die so leicht ältere Bewegungsmuster, bis die näher kommen und dann scheiße werden. Hö, 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 Headshot. Ach, Brot. Too easy, ne? Na, komm her, du. Oh, lol. Komm, ja. Nichts mit dir. Feuerspucken bringt da auch nix. Oh, geht das jetzt los? Da muss ich auch noch nix. Ne, ich bin nicht mehr gut. Da hätten ist er. Lord Sires. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Geh schon wieder hier hin. Ja, genau. Ohne Spaß. Ich muss scheiße sein. So, Kollege. Lass mich. So, Kollege. Ich, ich bin hier voll unter Quarantäne. Shit. Ich bin hier voll unter Quarantäne. Hm, klar. Ja, das war der eine. Jetzt bin ich hier nur noch mit. Okay, die begrüßt mich wenigstens. Verpisst die sich? Oh, ich glaub, sie wartet. Wartet sie? Der Typ schon wieder, wa? Und pam. Der wenigstens ein Netzer, der wartet, bis es nur noch ein Zweikampf ist. Lol. Ist einfach mal scheiße ausgerollt. Ne, komm her. Komm her. Greif mich an. Ja, äh. Gut angreifen, bitte. Fucking serious. Are you fucking serious mit deinen Attacken? Ich dreh mich um 180 Grad. Komm her. Scheiße. Scheiße. Ficken. Mann. Jetzt sterbe ich durch ein NPC, wisst ihr? Ach. Warum muss er denn schon wiederkommen? Ganz ehrlich. Ja, der Kobold, ey. Der scheiß Kobold. Ja, witzige wäre, hätte ich die jetzt besiegt, müsste ich dann auch noch gegen ihn kämpfen. Das ist schon witzig eigentlich. Und der Witz ist, ich war noch nicht mal menschlich. Also, die kommen immer. Ja, komm her. Na, du sollst herkommen und mich nicht schlagen. So. Du da hinten, ne? Du magst doch bestimmt Kopfschüsse. Das ist, glaube ich, dein Leibgerät, oder? So wie du da aussiehst. So. Okay. Der Magier respawnt nicht. Immerhin eine Sache, die gut ist. Die Zwerge bleiben aber dennoch bestehen. Also, es ist trotzdem scheiße hier oben. Joa, 600 Schaden. Mit einer Ausdauerleiste. Kann man sich geben. Na, komm, du scheiß Zwerg. Mach dich fertig. Und komischerweise spawnt jetzt mal wieder keiner. 29.000 Seelen, ey. Lügner voraus? Ne. Kai. Du bist doch schon mal... Du hast mich doch schon mal herausgefordert. Als finster Geist aber. Aua. Meine Presse, ey. Wie lausdauer hast du denn? Ohne Spaß. Der Typ geht mir so auf die Eier. Ich drehe mich um 180 Grad. Ich bin scheiße. Meine Güte. Hab's geschafft. Hier sind zu viele Tote. Versucht rechts und dann Hurra für Schatz. Und eine Falle. Ach nee. Die zweite Glocke. Jetzt bin ich mir gar nicht mal mehr sicher. Ob ich, ähm... beim Mondturm die Glocke geläutet hab. Das weiß ich gar nicht. Müsste da jetzt nicht eigentlich was passieren? So, like, Dark Souls 1 Style. Ich hab zwei Glocken geläutet. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Scheiße, Bogenschütze mit ganz komischen Armbrüsten. Das wird mich verarschen. Na ja gut, immerhin Bogenschütze ist nicht allzu gefährlich. Das war der Bogenschütze. Oh, hier sind zwei Glocken. Was mache ich hier überhaupt nicht? Ich klettere hier über, äh, Kirchendächer. Ich sammle Einfallspinsel Gewürze und hab keine Ahnung, was ich hier mache. Und da unten erwartet mich immer noch, ähm... Ihr wisst ja, ne? Weiß Bescheid. Der ist schon wieder. Den kennen wir doch von irgendwoher. Serious. Wo ist er? Da ist er. Hi, Kollege, kennst du mich noch? Ich bin scheiße, ich kann gar nichts. Ah, komm her. Na, schade. Hm, ich hab Gift. Ne, nicht Gift.